Also, hi Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute mit euch eine Kugel auf und dann werden wir mal sehen, was drin ist. Wir fangen mit der Kugel an. Ich habe schon mal ein bisschen abgemacht. So. Dann werden wir das hier abmachen. Und ich bin gespannt, was da drin ist. Ups, ist rausgesprungen. Also hier ist noch eine kleine Anleitung dazu. Da gibt es so welche Sachen. Und jetzt? Ah, das sind von Fritz oder so. Das sind die da. Die da. Und ich würde mich darum machen, bitte mal auch. Also, das sieht so ähnlich aus wie von Fritz, aber ist ja auch keine von Fritz oder von mir ist keine Ahnung. Aber ist eigentlich recht süß. Bis dann! Und dann? Und dann? Und dann? Dann, ich würde mich gut drauf tun. Und dann? Vielen Dank.